Wir kennen ihn als Defalco. Unser Undercover-Agent schickte dies von der Sokotra-Insel. Geno, verriet. Danke sehr, Admiral. Defalco ist Menendez Nummer 2. Das Konzept der Empathie ist ihm vertraut, aber gleichgültig. Das stand von einer Drohne vor zwei Tagen in einem verlassenen Gefängnis in Ba'or. Wir haben letzte Woche den Kontakt zu einem Aufklärer über Pakistan verloren. Moment mal, der internierte Wissenschaftler aus Myanmar hat gesagt, Menendez nutzt Celerium für den Bau einer Cyberwaffe mit Namen Karma. Was, wenn Karma unsere Drohnen ausschaltet? Wisst ihr, dieser Defalco könnte ziemlich unterhaltsam sein. Ziemlich? Wie wär's, wenn wir etwas drauf ablassen, ne? Ein paar Runden im Ring? Gerne. Komm schon, komm leider mit mir. Was hast du gerade gesagt? Leider, was? Das Bilde. Ich sehe. Ich wurde entführt, als mein Vater starb, aber ich... Wüsste nicht von mir. Das war mein Ende, ist... Hat er der Erd getötet? Also, Putz nahm mich auf, als mein Vater starb, ja? Da sagt er immer, ein Spinner hätte ihn getötet, denn ein Penner... Was zur Hölle ist hier los? Du leidest mit mir... ...für all die Sünden derer, die vor dir kamen. Das war mein Vater. Du leidest mit mir. Du leidest mit mir. Du leidest mit mir. Warum hat Putz nichts gesagt? Putz hat sie... ...sie waren es... ...für Josefina. Der ISI hat uns festgeneigelt. Na los, wir müssen das Ding heute noch zum Laufen bringen. Ich versuche es. Das Ding scheint zu klemmen. Sie nähern sich. Da! Geht wieder! Floreinheiten aktiv! Lockensysteme online! Granate! Bewegung! Wir haben es! Ja! Mal sehen, was dieser Bastard so kann! Mehr ISI toppen! Lass die Kloster vorne! Hinter den schweren Waffen bleiben! Lass manchmaludos nicht mehr! Loser! Ja geht's! Loser! Ja! Da! Das Frogler hat ihn langs! uda! Der Krone hat schießen! Mehr ASI-Truppen! Lass die Klausner vorne! Hinter den schweren Waffen bleiben! Der Krone hat schießen! Der Krone hat schießen! Der Krone hat schießen! Dürfen Sie ihn an! Ja! Dürfen Sie ihn an! Dürfen Sie ihn an! Mehr ISI truppen! Lass die Klosse da vorne! Hinter den Schweren wappen bleiben! Durch die Klosse da vorne! Der Schweren hat die Klosse. Die Tode abschießen! Ja, das geht los! Zeug nur wieder südöstlich von uns. Klaus, spiel den tiefen Wasser verrückt. Salazar, Crosby, bringt sie rauf. Wir sammeln uns bei Anthem. Section, aufs Nacht! ISA in Trunkenbeziehung auf der ganzen Straße. Es wird alles als Deckung. Pass auf, Section! Deckung suchen! Doraus, acht toons Schimmel! Doraus!! Möge 60-iger Team! Doraus! Jungsрузka! Was ist das? Was ist das für ein Lärm? Komm hier rüber! Wir müssen runter von der Straße! Schieben! Schieben! Eins, zwei, drei, schieben! Und drei! Oh Scheiße, das war echt knapp, hm? Ich hab meine Eier noch, wie ist es bei dir? Gehen wir! Anthem ist gleich da vorn, komm schon! Was für eine Sauerei! Die waren auf die Überflutung nicht vorbereitet. Die haben sie mehr oder weniger sich selbst überlassen. Nicht gut. Nicht gut. Oh Scheiße! So eine Scheiße! Wir werden zerfreitzt, wenn sie uns erwischt. Diese Drogen sind Todesscheidungen. Sie tun blinderlich. Sie dreht um. Oh, ich sehe dich. Okay, los. Vorsicht, Mann, ich bleib im Schatten. Bewegung, bevor sie dich sieht. Bewegung, bevor sie dich sieht. Na, verdammt! Sie hat dich gesehen! Bewegung, bevor sie dich sieht. ... ... ... ... Stoß total. Bewegung, bevor sie dich sieht. Stoß total. Stoß total. Diese Kanäle liegen unterhalb von Anthem. Das nimmt man Drecksarbeit. Stoß total. 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 Natürlich. Die Amerikaner lassen mich nicht aus den Augen. Wie war, Kaff? Sie wissen noch weniger, als sie annehmen. Sie verlassen schon wieder die Reichweite. Gehen wir. Da kommt Menendez. Sieht aus, als würde er noch jemanden treffen. De Falco. In der heutigen Vereinbarung ist alles geregelt. Der Ort der nächsten Räuner ist bereits beobachtet. Aber er trifft sich mit Ihnen in Peshavar, Nordpakistan. Asegurete, dass jede Intelligenz mit dem Drone disponible vor unserer nächsten Diskussion ist. Ich kümmere mich persönlich darum. Buen Fortuna de Falco. Diese Drohnen gehen mir echt auf den Sack. Legen wir los. Komm. Hier rein. Lass sie vorbei. Na los. Wir dürfen Menendez nicht verlieren. Verdammt. Wo zum Teufel ist der hin? Salazar. Wir haben Menendez mit der Nähe deiner Position verloren. Siehst du ihn? Ich hab ihn. Er geht in den Ranchierbahnhof. Südseite. Hast du unsere Evakuumierung gesichert? Noch nicht. Die Gegend ist zu heiß. Bleib am Ball. Die Typen stehen uns im Weg. Zum Rangierbahnhof jetzt hier lang. Los. Falls die älteren Modelle, den Zentralkomputer auszubauen ist keine leichte Aufgabe. Die Sicherheitsbarrieren sind direkt mit dem Selbstzerstörungsmechanismus verbunden. So was ist kein Grund zur Sorge. Das Treffen am 17. Juni wird unter Garantie alle verbleibenden Barrieren beseitigen. Der Zug ist im Weg. Hier bekommen wir nichts mehr mit. Gehen wir. Es gab Zeiten, da hatte die CIA überall auf der Welt solche Verhörräume. Alle mit vollständiger Ausrüstung für psychologische Manipulationen. Weiß Gott, was für eine Scheiße da passiert ist. Sieht aus, als würden wir wieder nass. Sie müssen direkt über uns sein. Okay, versuchen wir es nochmal. Natürlich. Ich weiß nicht nur von der Infiltration. Ich hab sie veranlasst. Verdammt! Er weiß von uns, Section! Achtung! Granate! Ja! Und jetzt... Was ist mit den Evakuierungsfahrzeugen? Die Sicherheitskrieg muss immer eine feindliche Träne hochprogrammiert, um uns Re-Evakuierung zu unterstützen. Ganz recht wundervirrlich, Salazar. Scheiße! Da draußen steht halb Pakistan vor der Tür! Rotos und Maximus müssen uns den Rücken frei halten! Lass dir diese hohen Söhne! Mach die weniger klar, wer sich wieder! Führt ein paar Granaten aus! Achtung! Raketen darf auf den Dächern! Aus Kontrollen ihre Maximus! Die Straße ist sicher! Vielleicht kümmerst du dich darum! Behalt die Übertragung, kommt klar auf den Beinem Augen! Gut, das hat mich verdammt wirklich gedacht! Salazar! Wo bleibst du? 30 Sekunden! Was für eine Wohltat für meine Augen! Also gut! Bist du bereit diese gehypte Drohne einzusetzen? Admiral, wir haben feindliche Sogtis übernommen. Erbitte Luftunterstützung und Evakuierung! Negativ, Commander! Die komplette verdammte SDC ist unterwegs zu ihrer Position! Sie haben viele Fluchtwege in der Stadt! Setzen Sie die Drohnen ein, um den Weg für die Sogtis zu sichern! Und wenn die SDC zuerst hier ist? Hoffen Sie lieber, dass Sie verdammt gute Laune haben! Was für eine Wohltat für die Sogtis mit einer Fluchtwahl der Leckwand! Nr. 3. 4. 2. 3. Ach Scheiße! Die Sogtis blockieren den Weg! Beseitigen diese Barrikade! Los, Los, Los! Wir müssen zum Evakuierungspunkt. Wir müssen ein Weg sein, ob Sie raus sind. Haben Sie! Sie sind an uns da! Oh ja! Guter Schuss, Mann! Achtung! Das stürzt gleich alles ein! Nach links auf die Autobahn! Sie kommen schnell her! Tu es, Mann! Den Kurs an, Mann! Ach, Mann! Sie sind noch bei! Das ist es! Oh, verdammt! Weiter so! Das wird knapp! Versuch, wir heißen! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was mir das hat, wenn ich das kein Normaler sagt, hier ist? Oh, oh, hier schaust dich alles ein! Nach links! Oh, nach rechts! Oh, nach rechts! Oh! Oh! Oh, mira! Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die Drohne fliegt auf den Heli zu Verdammt, habt die Drohne verloren Die Kollision hat zugestellt Die Drohne fliegt auf den Heli zu Die Verzögerung gleich nach vorne Und den Flammen ausschweichen Verdammt, da fehlt aber wirklich nicht mehr viel Los! Der Evakuierungspunkt Oh scheiße, was jetzt? Okay, hey, ganz ruhig Okay Ganz ruhig Tian Zhao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft Wir haben keinen Streit mit China, General Zhao Unser einziges Interesse hier ist Raul Menendez Dann haben wir etwas gemeinsam Seien Sie sicher, Amerikaner Wenn Sie wegen Raul Menendez hier sind Habe ich keinen Grund, Sie zu töten Die Drohne fliegt auf den Heli zu 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 Die Drohne fliegt auf den Heli der treat Die Cyberwaffe Die Cyberwaffe Die Cyberwaffe Die Cyberwaffe Sie kann auf Deck 7 landen Kurs beibehalten, sind gut aus Verstanden Icarus 9 beginnt Sinkflug Alle Kanäle auf dem Fahrrad Wir hören alle zu Okay Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen Äh, außer dem gewünschten Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich Und hier Kommt Siggi ins Spiel Kurz gesagt, in der Computer ist unsere Chance Karma vor der Freikursleute zu finden Verrät, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Äh, noch nicht Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert Komm schon Du schaffst das Section Ende So leben also die 1% Wenn das kein Einsatz wäre Würde ich mir hier glattner heiße Braut gönnen Agites? Meinst du die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt Was sie zu einem wahrscheinlichen Zielführer Raul Menendez macht Sicherheitsdienst wird gewahrt abstehen Wir haben die Überlegung Und wünschen ein schönes Aufenthalt Scheiße, ich könnt ihr da Einmal vorhanden Mein ganz gern voll bleiben Bis hier durch das Sicherheits-Offizier zum Weitergehen aufgefordert werden Äh, okay Cool bleiben Gehen bleiben Der Scanner hat gefährliche Materialien entdeckt Oh, das ist ein Missverständnis, okay Wir arbeiten an der Umgestaltung Das kommt bestehen von der Baustelle Und das ist ein Missverständnis Der Scanner hat nichts gesehen So, bitte bleiben Sie, wo Sie sind Bieters, können Sie kommen Wir haben ein Problem Verdammte Scheiße Ich dachte, wir werden diesmal gekriegt Ganz ruhig, Harper Die Abschirmung hat funktioniert Der Scanner hat nichts gesehen Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch Hallo, die Damen Wir sind von der Gewerkschaft Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel im Colossus Was ist das? Guten Tag, meine Herren Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst Wir fahren alle zur Hölle Ganz schön, bis alle zur Hölle Glockenbanken Das ist das ! Wie jetzt? Das ist das alles Das ist das Ist das 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 Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Hey, was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen? Mehr als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Kein Wunder, dass Menendez so viel ansammelt. Harper, durchsuch das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Verstanden. Wie geht's dir, Schönheit? Schieß dich, Arschloch. So weit, so gut. Hey, sie sollten hier nicht drin sein. Wir sind von der Gewerkschaft. Okay, Section, ich bin drin. Leg los. Colossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Okay, Ziggy, legen wir los. Harper, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Ungewöhnliches? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Achte gleich auf das Loch. Ziggy kann rüberspringen. Warte. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Harper, aufpassen. Die Söldner machen an Bord Sprengsätze scharf. Okay. 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 Die Markierung. Schocken, Sektion! Scanner. Was haben wir denn hier? Es sind die Söldner. Harper, du hattest recht. Sie sind schon in den Serverraum eingedrungen. Los jetzt! Los! Los! Votritt gewehrt. Bereit? Enemigo atravesando la Puerta. Los! Gubete! Ich muss den Feind identifizieren. Verknüpfe die Söldner in den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad die Daten auf mein Hand. Verstanden. Sicher! Platziere Ablink. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Ich dachte, du vertraust mir. Okay, sind drin. Die Karma-Waffe könnte mit regulären Vorräten an Bord geschmuggelt worden sein. Durchsuche die Lieferscheine, Stichwort Karma. Nichts. Durchsuche die automatischen Sicherheitssysteme, Stichwort Karma. Irgendwas entgeht uns. Durchsuche die Überwachungskamera-Bilder. Texterkennung, Karma. Da. Karma ist keine Waffe. Es ist eine Frau. Chloe Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Oberdeck. Club Solar. Section, hörst du zu? Da sind noch mehr Söldner vor der Tür. Farid. Der Feind ist vor der Tür. Wir kommen nicht raus. Öffne die Tür zum Computerraum. Mal zurück. An eine Stelle beobachten. Sie will轍! Papa, Karma ist keine Waffe. Es ist ein Mädchen. Ich sende dir ihr Wild. In purpose. Hey, 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 hey! Das ist die Kleine von Fahrstuhl. Sie ist im Club Solar, aber du musst es schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Innen dran. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Chloe, die kommen von Raul Menendez. Schütze sie, Hapa. Wir sind unterwegs. Schönen Abend. Hapa, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Wen unterwegs? Section. Ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position. Wir müssen jetzt dealen, Chloe. Section. Mindestens zehn Söldner sind in den Geiseln. Chloe Lynch. Chloe. Feuer. Salazar. Schießen. Sofort. Kein Schussfeld. So viele Geiseln. Solken, Chloe. Nein! Feuer eröffnen! Oh! Los, los! Der Falco hat Karma, wir verfolgen sie! Wir müssen ihre Bewegungen orten, Farid, wir können sie nicht vom Schiff lassen! Klinke mich in die Sicherheitskameras ein. Helikopter! Am Ende des gesamten Armees, seine Söldner, das sind Dutzende! Moment, da, genau da, seht ihr das? Das ist er, das ist er! Verdammt, das Bild ist weg! Der Falco stört die Signale! Was ist hier los? Oh Gott! Wir sind US Navy Seals! Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen! Hey, hey, hey! Hören Sie! Konzentration! Okay, 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 die Sicherheitswaffenkammer! Was ist passiert? Der Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet! Er hat das Mädchen! Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck! Er ist im Einkaufszentrum! Dann los! Sie wollen diese Kamer aber unbedingt! Paris, der Falco, spreng das Schiff! Ist der Hohen so noch an Bord? Ich bin nicht sicher, ich sehe nichts! Wir müssen diesen Bastard, der Falco, schnappen! Weiter, bevor der Falco entkommt! 2-1-1-2-3-2-2-3-0-1-3-0-1-2-3-0-8-1-2-2s0-1-2-3-4-4-1-3-3-4-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-3-4-4-3-4-2-3-4-5-2-1-1-2-4-1-4-3-3-1-5-1-4-2-3-4-3-4-2-4-4-5-1-6-5-4-7-1-4-2-3-5-4-OS-4-5-4-1-3-7-4-3-1-5-2-4-5-6-4-7-5-4-5-2-0-1-3-6-2-3 Geh! Los jetzt Leute, aus hier! Tempo! Farid, kannst du eine AGD-Einheit bei Station 55 hacken? Station 55! 55! Hab sie! Setze Parameter, ID-Bewachung und Schutz. Da! Er verlässt das Einkaufszentrum! Dieser Scheiß-Ferner macht mich echt krank! Farid, du musst die Feindungszünder stören! Ich arbeite dran! Öffnen! Verteidigungssysteme sind jetzt zu Terroristen abwehrbereit! Die Sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes Personal als feindlich! Der Dessert für den Feind? Ohne Ausnahme! Brails, es ist nur schlechte Nachrichten! Brails sollte nicht glücklich sein, wenn wir das Mädchen verlieren! Der Falco entkommt! Das ist das Handy! Gott, das ist alles! Okay, ich bin dabei! Wir müssen weiter, wir verlieren Boden! , was ich in Dessert her! Verst du nicht? Auf der Schraubschirche ist bei dir! Versuchen Sie dich nicht? Auf der Schraubschirche ist bei dir! Ich habe drei Einschränke mitgeblendet! Ich habe drei Einschränken mitgeblendet! of das ist es in der Schraubschirche ist bei mir! Und das ist in der Schraubschirche ist bei mir! Ich bin dabei! Deine Schraubschirche... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen zurück zu Obama. Wieso ist das Mädchen so wichtig für Menendez? Die ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was zum Teufel hab ich da gemacht? Hör zu. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, weißt du was? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse. Es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Panano-Jäger. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich? Die sind rein. Was für eine Scheißshow. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Ich bin heute... Mason. Woods. Schön, dich zu sehen, Frank. Ich auch, Alex. Fünf Jahre, Mark. Wir sind seit fünf Jahren vereidigt. Geht nach hinten. Sie ist total sauer. Familie, ich dachte, es geht um morgen. Ach, es geht um alles, Mark. Ich brauche mehr in meinem Leben, als nur darauf zu warten, in welches gottverlassenen Land du uns als nächstes schleppst. Komm schon, Frank. Das reicht einfach nicht, Mark. Es reicht nicht. Hey, Jungs. Hey, McKnight. Hast du alles? Ja. Schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Deine Frau sieht nicht der Freude aus. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein. Aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug für ihn. Wollen ihn aber leben. Hm. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Norieger. Ab jetzt heißt er Ziel, falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier mit Neid. Ich war so frei, mir ein paar deiner alten Fallakten anzusehen. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Sie haben es jedenfalls versucht. Die Mission war gut. Die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Harzen. Am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nackte die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Harzen, hier Mesh. Die Bombardierung hat verfrüht angepackt. Willst du uns was sagen? Zehn Sekunden. Harzen, hörst du mich? Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. Los, los. Magnite, hier Mesh, wir sind drin. Seale-Teams sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude zwölf abseits des Kampfgeburtes. Und hat's in dem Land verwarfen. Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. Magnite endet. Aufschalten, Watch. Was steckt an? Sag dir, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, löse dich von dem Problem. Und weid. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin in Position auf Gebäude 12. Einheiten sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Golf läuft in eine Falle. Ich habe versucht, Sie zu warnen, aber der Funk spielt verrückt. Was ist mit falschem Profit? Warten auf Herz ist okay. Die CIA beobachtet jeden Schritt. Ich glaube nicht, dass er weinkommt. Golf Team Mason, hier bereit für Unterstützung. Feuer einstellen, solange wir das Dach sichern. Ihr habt immer noch Probleme mit dem Fond. Komm schon, wir gehen drastend. Beschuss! Linke Seite! Ich gebe Deckung! Unterstützt vor allem die CIA! Golf Team, hier Mason! Das Dach ist sauber! Wir kommen jetzt durch das Oberlicht! Sie sind genau unter uns! Guessor! Vollkommen wir её! Du sch След zerst existem diesen sniffkern! Volk Team! Deine Der Jäger! Lutz! Nimm den Arquidenwerfer! Auf den Charkler! Lutz! Steig auf! Verdammt, viele Feinde! Er ist geschossen! Lutz! Hatzen hier! Der Aufenthaltsort von Sie! Falscher Punkt wurde bestätigt! Adelina Hotel, Raum 225, setzen fest! Hatzen Ende! Ich habe Sichtkontakt! Mehrere Feinde vor dem Hotel! Die übernehme ich! Die übernehme ich! Die Uhr 25 ist oben! Er ist der Stock! Ostflug! Alles sicher! Alles sicher! Festsetzt! Eben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzupusten! Was tun Sie da? Ihren Ruf besiegeln! Das war nicht abgemacht! Rufen Sie Ihren Boss an! Los! Auf den Stuhl da! Arzt! Mason hier! Schieß los Mason! Falscher Profit! Bereit zum extrahieren! Negativ! Bereithalten für neue Missionen! Zielfalscher Profit hat Informationen über ein Nexus Prioritätsziel! Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch! Mehr in Kürze! Wertvolle Fracht am Arsch! Nexus Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende! Wir vergeuden zu viel Zeit! Er hat sogar Leute bei der... Verdammter Kravchenko! Was hat er noch in Afghanistan gesagt? Hier geht noch was anderes vor sich, Watz! Die Mission war zur Entführung! Dann sagt der verdammte Arzen über Funk! Dieser neue Jäger ist nicht die Mission! Er ist nur ein Pfand! Ein Gefangenaustausch! Und ich vollidiot hätte es! Wissen müssen genau zu dieser Zeit! Ich... Was zum Teufel stimmt! Ich bin hier! Was zum Teufel! Immer mit der Ruhe! Immer mit der Ruhe! Scheiß Arzen! Hätte ihn killen sollen in Vietnam! Die Bastarde behandeln sich ein bisschen genauso schlecht wie in Nicaragua! Du hast alles durch Drogen weggestellt! Schalte sie aus! Ich küre mich um den Abschaum! Komm schon, ihr verdammten Katzenbänner! Warten mal! Der Bejaki! Los, weg hier! Geht in eure Häuser und bleibt drinnen! Mason, hast du die wertvolle Fracht noch? Positiv. Begebe dich zum Armee-Kontrollpunkt hinter den Slums! Du wirst zum Nexus-Gefangenenaustausch geleitet! Die Slums sind Kriegsgebiet! Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen! Geben sie mir eine Waffe! Gib ihm was er will, Mason! Das ist ein Befehl! Hansen Ende! Verdammt! Was machen sie da? Sie wollten eine Waffe! Von Munition waren nie die Räder! Es ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt! Jetzt! Los! Wuls, geh vor! Ich achte auf Norieger! Auf mein Zeichen! Was ist das? 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 Wir gehen nach Norden! Auf Verbündete und Zivilisten achten! Auf dem Balkon recht in Seite! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin der Weg! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Objektivus a las 11! Movimiento! Novedo! Contacto, enemigo! What are you doing? Novedo! It's a time for you! Let's go! Who am I? In which direction? We're going to the street! We're going to the park in the city of Vilcita. der stadt der park ist recht keine bewegung in den park wilde gefechtet zur linken rechts der kuppel bleiben schatz die seite ist nicht besser da durch nicht nachlassen nach unten lassen mal weiter woher im norden ist eine kirche ihr kontrollpunkt müsste gleich weiter sein starke gefechtet zu unserer linken geh nach rechts muss nach rechts in den bogen gang ab 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 hesitate Sie ist schwer verletzten. Hilfe! Hilfe! Scheiße! Woher ist der gekommen? Da oben! Auf dem Absatz! Dritter Stoff! Scheiße! Sie sind ins Gebäude rein! Odin 1-2 sofort gefeuert! Victor West! Magnus Ziel mit Struppe hoch! Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist! Fahr zur Hölle! Zur Hölle. Da waren wir schon. Weg! Sie greifen an! Los! Bewegung! Okay. Der Kontrollpunkt ist da vorne. Gut! Hoffentlich wird dieses Arzt was bald das Problem von jemand anderem! Ja! Nächsten! Hartz! Wo zur Hölle warst du? Bist du beim Kontrollpunkt? Ja! Die entlang, Sir! Ist die wertvolle Fracht doch bei euch! Ja! Aber wer zur Hölle ist? Ziel Nexus! Was ist wichtiger als zielfalscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason! Wirklich! Herzen Ende! Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive! Du kümmerst dich um deine Einheit! Du bringst die Jungs sicher nach Hause! Wo ist es, Frank? So ist es einfach nicht! So ist es einfach nicht! Die Befehlskeit ist am Arsch! Ich bin ein Soldat! Ich kriege Befehle und erledige den Rennen! Wurz ist in Position! Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes! Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes! Scheiß Verbindung! Hier lang! Es ist alles bereit! Niemand darf verfahren, dass ich ihn verraten habe! Ihn? Hansen! Wer ist Ziel Nexus? Haxen! Er ist es, Wurz! Ziel Nexus ist Raul Menendez! Du hättest es uns sagen müssen, Haxen! Du hättest es uns sagen müssen! Wir sind bereit! Bringt ihn raus! Sie bringen den Hohensohn raus! Sichtkontakt bestätigt! Ja, so waren Leute bei der CIA! Beende es jetzt, Wurz! Blas ihm die Rübe weg! Das ist ein Befehl! Haxen! Er ist es, Wurz! Ziel Nexus ist Raul Menendez! Du hättest es uns sagen müssen, Haxen! Du hättest es uns sagen müssen! Wir sind bereit! Bringt ihn raus! Sie bringen den Hohensohn raus! Sichtkontakt bestätigt! Ja, so waren Leute bei der CIA! Beende es jetzt, Wurz! Was glaubst du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Dö強! Der Ball! Dö強! 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 Ah! Dein Freund Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du warum? Herr Walter, David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck... Ich... Tu es. Tu es! Unschuldig... Na… Angst! Eine Trance! Eine Trance! Wür ,1-1-2 Brin Sie priority! Woll chair! Dein Leben wird ein einziger, großer Verlust sein. Dann, und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Wutz leidest du mit mir. Eines Tages. Wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte, komm zu mir. Dad! Nein! Dad! Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Dinosaurantisch. Dinosaurantisch. Die Zeiten ändern sich, auf die Haut. Was haben Sie? Ach, so ein Scheiß, dieses Selerium. Oh, was soll denn das? Moment, Mann. Bingo. Jemand hat die Hintertür offen gelassen. Menendez-Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong. Menendez, greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni. Das ist... Das ist morgen. Die Abschaffung der Sklaverei. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben zwei Stunden. Interna-Com-Link hergestellt. Verstanden, Harper. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert. Wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin im einen Schritt voraus. Komm jetzt zu mir, Arte. Sie erwarten Freiheit. Und soll sie haben. Komm, Farid. Es ist Zeit. Und soll sie haben. Aber wenn Sie. Wir sammeln uns, beide Zitadellen. Papa, Menendez ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fiel. Menendez weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es wüsste, dann wärst du schon tot. Er will mich bei der Zitadelle treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er untertaucht. Geht euch die Stattungsstelle im Kontakt wieder her. Begebt sich nach Süden durch den Markt. Viel Glück, Farid. Die jemenitischen Truppen werden einen Schutz um die Stadt herriefen. Denk dran, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Angreifen mit absolutem Notfall an. Der erste Schüsse fiel Der erste Schüsse fiel Papa, Menendez ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fiel. Menendez weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es wüsste, dann wärst du schon tot. Er will mich bei der Zitadelle treffen. Die Zulassungsstelle untertaucht. Wir sind die Stattungsstelle im Kontakt. Geht euch nach Süden durch den Markt. Viel Glück, Farid. Die jemenitischen Truppen werden einen Schutz um die Welt errichten. Denk dran, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Angreifen nur im absoluten Notfall an. Sollen nicht bei uns den Flamen Maschabinern. Sie haben sich. Sie haben sich? Sie haben sich? Sie haben sich, was über das? Ich muss ich bin? Sie haben sich, indem du? Hör gut zu, bleib stark, mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich dann durchbringe, okay? Ja! Du sagst, dass Melendez wäre auf dem Weg zur Zitadale. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Das Westhof führt zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin, wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Es ist ein Wettbewerb. Wir treffen uns, wenn unsere Vietholz im Einsatzgebiet sind. Sollte St滑なので ein Neufg else WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Négatif. Schlieben, schlüpfen. Schlieben, schlüpfen. Schlieben, schlüpfen. Schlieben, schlüpfen. Schlieben, schlüpfen. Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Stimmt was nicht, Farid? Du rückratlose Starkscheiße! Andere, die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Sei deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid. Tu es, Emma! Mach deinen Job! Jetzt, Farid! Tu es, Mann! Komm schon! Du hast uns verraten, Farid. Und wofür? Dein Leben bedeutet einen Herrn! Preis gar nicht! Papa? Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht! Kraken, Linebacker 2, Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel! Das Bild von der Abstoßzwelle auf mein Hand übertragen! Schwerer Beschuss von den Nächern! Sie sind mitgeschlüsselt! Kraken, wir haben ein Mannesgesichte! Näher an uns zum Zuge! Mein Mannes! Dieser Huren soll bitt zur Zitadelle! Abtransport arrangieren! Harper muss zurück zu Obama! Salazar auf Primärsatt! Mehrere Eagles abgeschossen! Fördere Sofortextraktion bei Landezone Sparrow an! Kräken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können! Mit dem Code werden auf Ihre Anzeigen geschickt! Drohnen auf neues Ziel angestellt! Drohnen Zielkontrolle! Mannuelle Steuerung aktiviert! Kraftfunksysteme aktiviert! Aufteilen! Los, nach oben! Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts! Ich übernehme links! Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts! Ich übernehme links! Die Straße ist eine Todeszone! Die Straße ist eine Todeszone! Was macht ihr? Was macht ihr denn? Oh, was macht ihr denn? Oh! Sahle von der Tromation, kann ich nicht! Ja, ich kann hier sein! Whack! Wir glauben, dass Menendez zur Zitadelle will! Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Blockade-Position zum Abfangen einnehmen. Blockade-Position. Brauche mein Ende des aktuellen Standort. So, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem Abgeschoss an Vitoil zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir trocken ihn lebendig. Deine WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hinten bitte, Katamon! Hinten noch Schatten an dir! Sir, ein Fünf-Brand-Team gibt Ihnen jetzt Feuerschutz. Wir übernehmen die Rückendeckung. Sobald Sie Menendez haben, greifen wir uns. Wir sollen uns singeln. Auf Startbefehl warten. Sobald Sie? Menendez! Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt an.